Papa, stimmt es wirklich, dass bei einer Fischzucht so viel Wasser verschwendet und dass die Fische vom Meer bis zu uns hergebracht werden müssen? Also bei unserer Fischzucht ist das ganz anders. Kommt einmal mit. Stimmt es eigentlich, dass Fischfleisch voll mit Antibiotika ist? In unseren Fischen gibt es keine Antibiotika, das geht in einer Kreislaufanlage gar nicht. Kommt mit, ich zeige euch das. Unser Futter ist hochwertig und wir entwickeln mit unseren Partnern alternative, nachhaltige Futtermittel. Ein Frischfangfisch kommt nie mit Antibiotiken in Berührung. Für erstklassigen Fisch braucht es reinstes Wasser und beste Futterqualität. Bei Frischfang werden beinahe 100% des Wassers wiederverwendet. Das Kreislaufwasser fließt durch mehrere Filterstufen. Der Strom dafür kommt direkt vom Dach. Alles nachhaltig und ohne Chemikalien und die Wasserqualität wird ständig von uns überprüft. Viele Fische werden auch direkt bei uns verarbeitet und ganz in der Nähe verkauft. Ohne große Transportwege. Frischfang steht für Nachhaltigkeit, Regionalität und Ressourcenschonung. Mit gutem Gewissen gegenüber der nächsten Generation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017